Hallo zusammen, ich bin Patrick. Ich arbeite bei Energie Wasser Bern als Metallbauer und beim zweiten Lehrjahr. Ich möchte euch heute meinen Berufsalltag vorstellen. Kommt doch mal mit! Ich schätze an meiner Lehre, dass es eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung ist. Da ist kein Tag gleich wie der andere. Ich kann verschiedene Metallbauteile selber in der Werkstatt nach Plan zusagen, bohren und zusammenschweissen und gleich die fertigen Teile montieren. Heute bin ich zum Beispiel auf der Montage eines Geländers in Alterswil und morgen am Montieren von Konsolen in Bern. Besonders gerne schweissen. Da kann man mit einer modernen Schweissanlage verschiedene Materialien wie Stahl, Alu und Chromstahl verbinden. Aber auch Abkanten auf unserer Abkantpresse mache ich sehr gerne. Was man hier alles für Formen aus Blech herbringt. Ja eigentlich alles was man auch aus Papier machen kann. Das ist eindrücklich. Als Metallbauer musst du exakt und sauber arbeiten können, damit dann die ganze Konstriktion auch zusammenpasst. Es braucht ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschäft. Körperlich viel zu sein ist schon eine Voraussetzung. Man sollte auch gerne im Team arbeiten können. Wenn dir mein Beruf gefallen hat, dann bewirkt dich via Internet. Mir freu ja jetzt auf euch. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020